Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Miro's Edge und ich mach jetzt mal so sozusagen ein Headset Test und ja spielen wir einfach weiter denn ich hab mein neues Headset gekauft und wollte das jetzt testen aber ich finde irgendwie ist es zu leise oder so mal gucken wie es im Video dann aussieht und der Monarch tut ich hab grad Polo für die Black Ops hinter mir Drake hat weiter vorne ein Versteck, Laufrichtung Kerne, ich geb dir gleich weitere Infos so passt das oder? Weil ich will nicht dass es zu laut ist was ist denn hier gar nicht? Pass auf Faith, die Cops schicken einen Helikopter das liegt in meinem Bett so ist es jetzt möglich dann kann ich auch den Soundinterlicht lauter stellen das liegt ich glaube die sich 2500 zurück gibt ich hoffe her Das war's für heute. Ja! Was darfst du da? Achtung, Kopf voraus! Die Lauswand müsste zu kämpfen. Der Weg zu der Weg! Der Weg zu der Weg zu der Weg! Der Weg zu der Weg zu der Weg! So ein bisschen zu fahren, aber... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 18, 20. Sonst kann ich die auch schon wieder gespeichern. Geh! Sie sind nett durch. Schlimmeinweizen. Aviaten fahren wir auch beim letzten Mal. Haben aber nicht aufgespeichert, oder? Was spielst du grad? Letzte Pilze. Hol' mir mal das Trinken. Ja, das ist der Packesel. Nicht das Trinken! Nein, du du Pilz! Und wir gucken grad'n bisschen mehr. Schau mal, ich bin Mikey Jackson. Wie lange dauert's denn mit Fahrstuhl fahren? Ja. Gut, danach, ich kann dir erzählen, ein bisschen. Ja, ich hab mir jetzt ein neues Herzchen gekauft. Und irgendwie abgestanden hat. Ich hoffe ja, dass das jetzt laut wird. Weil wenn es laut ist, dann hab ich nur noch ein Problem mit dem Hören, weil ich höre das eigentlich normal nicht so laut. Also wenn ich jetzt nie gegangen schau raus. Außer bei mir. Und das dauert! Wieso dauert das so lange? Ja. Da war der grad offen. Und es laggt. Viele sag'n, ihr Frames hat uns gekauft. Ich hab' grad' immer so jetzt ein bisschen schlecht. Ich höre lieber jetzt auf. Und sage, Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.